Heilige Scheisse, hm? Gummium hat es immer noch nicht verstanden, hm? Als wohl mein Turbom wäre, hm? Naja, ok. Fangen wir halt nochmal von vorne. Ganz locker. Klar? Also, Achtung. Wie ich dich gehört habe, hast du kleinen Stress mit mir? Ungefähr. Naja, ungefähr. 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 Ok, mach Spaß. Klar, äh. Ich kann nicht mehr. Ok, es ist einfach ein bisschen komisch. Aber erstens, Mittwoch und zweitens, wie entscheide ich sie das? Ja, das sind meine Wörter. Zum Glück gewinne ich, ich gewinne jedes Mal, wenn ich 8000 von, 8000 Gold bin, äh, bei der Bade ist. Ja, mir doch egal. Also, ich habe letztes Mal einen Ufer gebaut. Kommt sich auch herinnern, stürmt auch herinnern und sagt, ok, löscht den Turbom, löscht diesen Tast. Das bringt doch nichts. Kommt sich um, schau, das sind meine Entscheidungen. Meine Sachen. Meine Sachen sind das. Ok, ich kann sagen, was ich nicht sagen hätte. Das ist äh... Weil ich... An der Turun mal, äh... Früher hat er 2000... Äh... Ich kann es nicht mehr sagen. Ich kann es 2000... 10 ungefähr kommen. 2010 hat er angefangen. Wunderbar zu spielen. Und... Ich habe mir gedacht, ok, machen wir einfach mal den... Pfff... Ja, äh... Pfff... Ja, ein Scheiß... Äh, ok. Nicht auf das. Ähm... Ich kann dann... Ich kann mir dann Turun machen. Und ich sage mir, ok, ich mag... Ist ja klar. Ja... Es ist wie immer. Ha? Gibt es immer wieder Streit mit der Turun? Ich weiß nicht, wieso. Kann man das regeln? Nein. Beantworten kann man es auch noch nicht. Um, um. Schau. Was ich da rede, es ist mein Turun. Bei jeder Wartes hat früher voll anders als das. Da hat es früher nur Brühen antragen. Äh... Äh... Zweitens... Da hast du nicht alles anlegen können. Nur eine hast du nicht. Und dann hast du... Pfff... Dann bist du auch... Da bist du auch gerade in... In irgendwelchen Turun gelandet. Naja, das ist früher früher so gewesen. Und jetzt haben es... Zweite... 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 2018... In neun Jahren ungefähr... Und dann haben... Haben sie... Haben sie... Sein eigene... Skin. Sein eigene... Skin. Das kann man machen. Und es ist immer noch so gewesen. Man kann immer noch, du ist, kannst du einen Turun kaufen. Das ist wie immer. Das ist wie immer so gewesen. Bis heute noch. Hä? Ich kann machen, was ich will. Yeah. Und ich mache das immer wieder so, wie ich will. Yeah, man. Genau was ich fast glaube. Die Leute fragen mich dauernd das gleiche wie jetzt. Was? Redestoffen? Scheiss! Genau deswegen rede ich von Border Buddies. Ganz deutlich, es ist nicht wie in Minecraft. Im Minecraft kannst du ganz gründlich mit der Sand gehen runter. Mit dem Bruder Badisch starte ich genau runter und geht nicht runter. Das ist halt so. Und das hat niemand erklärt. Und zum Glück... Ich. Zweitens. Ja, ich weiss. Ich bin halt so. Ich bin halt so. Ich bin jetzt in der Vergangenheit der Turun von mir. Also in der Vergangenheit der Turun von mir, da habe ich es gehabt. Eisegum war immer mein Teil. Das heißt, Eisegum ist wie so krabberig Eis. Eisegum ist wie Eis aus dem Block. Und Gumm ist wie Kaugummi. Ähm. 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 Ja. Wer kann es? Push Pop. Schlagstange. Und dann Brrr. Ja, gefeit. Ja, das ist ja ein Brrr. Pff. Okay. Schau. Wenn du dich nicht vorerst machst. Gumm. Ich will immer. Ich werde noch stärker. Ich werde besser. Oder so. Bis zwei. Ja. Weil ich. Ja okay. Willkommen im Neujahr den Turun, den ich markieren will. Ich markiere meinen Turun. Eisegum fertig. Und keine Diskussion zwischen. Äh. 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 Es gibt nur Streit. Lass es. Du kannst auch Eisegum um. Eisegum und 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 und. Äh. Chandy machen. Das wäre ein bisschen toll. Hä? Oder eine Eisegum mit. Mit irgendwas. Oder eine Eisegum mit City. City oder Shit City. Oder wie das heißt. Naja. Okay. Klar. Und das haben wir jetzt diskutiert. Und ich bin müht. Und äh. Wenn dir das Video gefallen hat. Folgt mir. Und abonniert mich. Lasst einen Daumen hoch. Und egal wie der Scheissgaden unten ist. Egal. Abonniert mich. Und. Hört rein. Und. Macht es bloß. Wer war. Bim TikTok. Ja. Det heißt ich. Captain. Captain. Europapark. Bim TikTok. Folgt mir. Jetzt. So. Fort. Now. Und. Ciao. Auf. Auf. Vielen Dank.